was gab eine wunde ich bin so willkommen zu können live konnte ich bettel für drei mal was denn team deathmatch auf goldmuth bahn läuft doch noch nie die map gespielt aber ja scheiß doch weiter wie spielen sie einfach mal hier reinkommen ich bin ja nicht so gut im battlefield aber er wird schon mit spiel mit der ak-12 m zwar dies gar schon frei aber mag die waffe dies gar nicht so zuerst mal was ist denn das okay das ist dieses pack wo du dann so waffen kriegst du oder so wie sie schluckt er aber ich glaube ich habe ihn erledigt ja jedenfalls ein ganz weg geschluckt er hat den schuss verfehlt sind die gegner weiter wieso versuche ich den zu holen was meine fresse verstehe ich die gegner ich nur anfrage gehe ich rasiere wo haben wir so ein medipack weiter ein kusschen sind übelst viele hier hier scheiße hier ist aber noch ein mann das ok rasiert mann hier schluckt der typ ist gerade mit zwei schuss gedroht mit der pistola so läuft die art kreise meine lieblingswaffe aber kommt davon wenn ich höheres level bin wird sich eine andere lieblingswaffe der noch eine misse so gehen alle immer bei mensch dort raus hier war noch eine ich habe da war ein punkt da hatte ich gerade richtig ruhig ich muss mich hier verstecken ok ich fixe gerade richtig auseinander hier sind ein paar gegner oh mein gott hinter mir war ein wo denn alter der kassiert auf ok nice besser ist ein chuba meiner meinung noch schwerer lauf ist auch nicht schlecht wir haben gerade die scheiß führung verloren ganz schön nicht nachlassen nice ja meine teammates machen nix was ist denn der typ ich habe keine muni mehr 16 3 auf ich hab mir sowieso schießt die wach finde ich verdammte scheiße haben wir wieder die führung denkst du aber wir haben uns gegenseitig geholt und da ist nach ihm was sie kommen und gleich meine waffe mal einstellen okay dahinten ich hab sie genau gesehen die leute muss ja weg ich muss hinter dir am besten warte was wie viel ach komm der kommt von hinten fick dich doch einfach man mein gott okay sind die gehen also der drüben okay hier sein mann ich verdrück mich immer einfach weg raus aber das haus in die luft springer da meine schisse connect nicht so behindert geh weg da ist noch mehr weg nehmen doch ich habe ihn noch geholt gut ich will mir kurz meine waffe einstellen man wie viel spiel ich 21 7 geht der x geht das dann hier so jetzt läuft jetzt ficken sie ich habe der denkt wirklich der kann mir nicht kommen warte hier ich habe ein ich habe das spiel da hatte die mehr mann der österreicher fakt schon richtig man wird dies schon wieder alle auf der dreckstraße man er vom wo mit diesem schweren lot team die mitte wo sind denn sie die haben das leben von groß kopiert mann ich höre ein paar Hey, komm, das war Unfäh, ich hab grad ne Waffe aufgehoben Behindert Okay, Mann Fangt schon gut an, dass die mit Shotgun spielen wieder Meine Fresse, zuerst hab ich rasiert und nicht nix Ne Teamens können ja nicht mal was Was ist ja das, Gerl, an So, macht man das Alles in die Luft jagen, was geht, Alter Boah, wie viel der schluckt Nur Medipack-Dinger da, Alter Mir war ein Gegner halt, aber Tötet mich nicht wirklich um die Ecke, oder, ja Gewonnen, jo Meine Fresse, jo, Leute Ciao, bis zum nächsten Ding da, jo Ciao Vielen Dank.